jojo leute willkommen zurück bei minecraft tag it light time es wird schon wieder nacht wir sollten dann wieder ins wett geht mit marcus und sven was für eine überleitung können wir hallo markus hat zu viel gequats ist seine stimme am arsch du bist richtig am arsch und ihr werdet alle sterben alle ich bin sicher hier in der höhle mit meinen kriegerfreunden jetzt kommt ja apropos übel jetzt kommt raus wir müssen pennen warum fliegen da eigentlich so fünf dort blöcke in der luft weil du mit terraform betreffens nicht drauf hast nein also hier über dem baum das war mit sicherheit nicht ich sagen zu alle was meinst du mal küsst was kommen denn jetzt mit völlig ich töt dich einfach gut so wieder aufsuchen ja mache ich er wurde auch ins bett nein ich bin hier richtig gut aber ich habe schon mal wo ich bezüglich und dann wenn er kommt jetzt weil sonst werden wir hier alle weil wir noch keine mauren haben und so er geht in die hülle und baut mit mir ab was ich nicht tue eben sondern bauere ja also wir sollten jetzt echt nehmen hier spontan wird nein nicht weg machen es bleibt was er da hier ist noch eine unendliche die ist nicht in ein klar doch ist unendlich und jetzt hast du da oben hoffentlich auch schon eine unendliche oder weil wir brauchen ja keine mehr haben wir drüben noch jede menge wasser macht es macht er macht eine unendlich jetzt rein dass genau der block der einzige ist der ausschaut das heißt es hinten links 1 hin weg hinten links und dann da wo du stehst ja der wo hier ist ja genau jetzt haben wir hier nur unendliche ist das nicht schön ja klasse doch und du kannst jetzt foto kommt man mit ins bett bitte das friert ist nicht alles jetzt komme ich nicht jetzt macht deine stürmer normal und komm raus aus deiner höhle eben das soll nur die stürmer nach morgen ich bin die jenen nun da kann ich nr mit der wissen das jetzt an den pedo ich bin ich bin ich bin so ein schlacken äh fackeln eine plage hallo hallo alle bist du da nein ist er nicht ich finde wirklich raus das ist so ein Bananen-Digga du hab so viel Kürchen auf dem Baum Nassel Kühe auf dem Baum ich hab dann geraucht zu viel das ist die ausgängliche und ich kann das ausgänglich was machst du hier und wurde immer mit ins Bett jetzt das bringt doch immer noch nichts doch jetzt geht ins Bett da kann man das auch sag ich doch ich muss nur ins Bett gehen nein mal kurz Markus leg dich jetzt rein geh jetzt ins Bett ich kann dich noch einfach töten so komm Fudo leg dich hin nein Michael jetzt mach hin ja meine Güte jetzt im Bett nein ja Markus jetzt leg dich hin jetzt kannst du dich hin jetzt kannst du dich hin anlegen ach so wenn wir uns ins Bett sind habe ich jetzt ich bin ja noch gebankt achso gut ich spass jetzt mach der Stuhl wieder normal ist doch normal wie er fliegt noch mehr der Beistelligenz hat ja da versteht man dich aber nicht das ist mir zu viel rauf dann hat man so dann so Elektro wie bei South Park Markus du wurdest übrigens wieder freigegeben ich weiß was hier schweine sind kannst froh sein dass ich ein wort auf französisch kann weil man leute wieder zu entbannen französisch können muss das finde ich auch richtig witzig schon gute voraussetzungen schon mal spannen kannst du mit englisch entbannen geht nur mit französisch ich habe immer noch stimmt vorschau dass ich mich selber aber ich habe keine lust das auszuschalten aber ich werde angegriffen von dem creeper und habe kein schwert attacke hier ist wieder ein öl das bringt hier ist wieder ein öl futur misst ölende zahlen meine kürfunde sind da hm oh da ist ganz viel öl zeig ich doch erst mal eindämmen die umweltverschmutzung muss gebannt werden nein nicht das öl eindämmen wir wollen zwar eh nie eine Öl-Rafinerie bauen aber trotzdem achso ne ich such grad ob hier ein Ding ist ein Village in der Wüste aber schalte mir nicht so ja in der Wüste ist immer mega viel Öl Village ja aber in der Wüste ist trotzdem immer mega viel Öl ist ja immer so warum die Saudi-Arabia so viel Öl haben die sind in der Wüste ja ne jetzt können wir oh das ist die perfekte test area für mich für später oh wie geil freu ich mich jetzt schon du musst weiter weg die test area von der Base würde ich nicht machen du glaubst gar nicht was Markus und ich mit Hilfe von einem einzigen Gebäude angerichtet haben das ist richtig wir haben einfach einen kompletten Wald verlichtet und ohne Mist ist das komplette Biom war am Arsch da noch also also wenn nur das Biom ist wenn es die Wüste ist ist es ja egal aber ein riesen Loch neben der Butze aber sonst ja da musst du aber weit weg von der Wüste weit weg wie sieht es aus mit unserem Haus unser Haus hat ja richtig schon Konturen angenommen das ist so durchsichtig ich habe Peraforming gemacht ich bin ja nicht der Baumeister Markus farmt ja noch ich fahre noch ich habe auch so viele Sticks aber ich fahre noch aber schau dir mal die Gegend hier an sie ist flach geworden und die Berge sehen fast natürlich aus ja und da oben ist unsere Farm also ich habe Ding angepflanzt schon mal ähm Getreide und Schweine äh zwei Schweine du kannst ja in die Miele gehen und Action erleben aha und sterben nein da ist nichts kein wo sind die Öfen oh fuck nein no 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 ja verreckt man die Giftspinne was das nein Giftspinnen dafür durch ein Öfen gebaut oh mein Gott ich werde sterben bitte nicht in den Öfen war aber eben rausgenommen fuck 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 was machst du nein nicht die Hülle aufbauen der mich so schön zugebaut ja aber ich muss irgendwie reinlaufen können nein oh mein Gott das wäre so gemacht so Lack so Alter Furt pass auf wenn du in die Miene reingehst wirklich was ist mit Giftspinnen Sven hast du wo hast du das ganze fleisch hin habe ich bei mir wie wärst du wenn du das teilst nein wenn er viel fraß ja er teilt nur mit mir ja ja ich habe noch ganz viel umgebratenes dafür du kannst erst einmal 10 cookie chicken habe cookie chicken ich habe noch dann brenne ich noch mal 40 porkchop ja die habe ich ja eben da rein gemacht ja aber die waren nicht gebrannt dann hast du so eine kohle da rein gemacht ja das konnte sein so wir haben noch Glück ich habe nur die Öfen umgestellt weil sie alle in der Luft geschwärbt sind nachdem ich Terraforming gemacht habe das brauche ich auch nicht mehr das brauche ich nicht das brauche ich nicht das brauche ich auch nicht das auch nicht das auch nicht und die Blumen heben auch auf so dann würde ich sagen auch wieder die nächste Folge fertig nein doch eigentlich geht es heute richtig schnell die leute weinen immer dann nein doch nein ich komme nicht auf die sonst wird spielen verdammt ich komme nicht auf die doch ah ich glaube der Bruder versucht sich im Jump & Run aber er ist richtig schlecht da drin nein ich zeig dir jetzt wie das geht ja auf jeden Fall bis ohne stehen bleiben ohne stehen bleiben ohne stehen bleiben ohne stehen bleiben zack zack wuhu bis zum nächsten mal mit dieser geilen Jump Einlage was Ben richtig drauf hat und tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Vielen Dank.